Kapitel 9 Die Ligen der Liga Wut entbrannt, trat Epsilon aus dem Ring, den Fahrstuhl hinab in die Kabine Crownings tretend. Zwei Tage waren vergangen, seitdem sie den Plot Kai seinen Person getroffen hatte. Doch immer noch schwebte ihr wenig anderes im Kopf herum. Auf Recherche konnte sie sich nicht konzentrieren. Auf die Liga erst recht nicht. Ihr Gegner hätte für sie nicht einmal eine Herausforderung werden sollen und trotzdem war sie sogar gescheitert. Und das alles nur, weil dieses Pokémon, welches unter der Maske steckte, so unglaublich stur sein musste. Wieso wollte er keine mächtige Mitstreiterin mit allem wissen, welches er je brauchen könnte? Es machte keinen Sinn. Gleichzeitig wusste Epsilon auch, es machte ebenso wenig Sinn, sich so lange über ein und dasselbe Pokémon aufzuregen. Gerade wenn es ihrem sonstigen Vorgehen in dieser Welt schadete. An sich war es ihr scheißegal, wenn Team Slash in der Liga nichts erreichte. Aber für ihr Ego waren solche Niederlagen schlecht. Zumal wäre es von Vorteil, so viele Pokémon wie möglich auf ihrer Seite zu haben. Und mit ihrem Teamleiter verscherzte sie es sich mit so einer Performance eindeutig. Was soll das? Epsilon, hast du dich auf einmal entschieden, dass wir deine komischen Schattenspiele doch zu dreckig als Strategie sind? Oder warum nutzt du sie nicht? Genauso wie dein sonstiges Können. Ich streite ja nicht ab, dass du eigentlich eine gute Kämpferin bist. Aber du machst den Eindruck, als Legitier viel daran, dies gerade in der Liga nicht zu zeigen. Ist das deine Strategie, um den Plotkaiser zu fangen? Soll das eine Art Köder sein? Willst du das, der dich für schwach hält und dich deshalb angreifen kommt oder sowas? Dein sogenanntes Coaching ist genauso hilfreich wie immer. Ich wünschte ja auch, dass ich mich auf irgendeine Scheiße konzentrieren könnte, aber es klappt nun einmal nicht. Du tust so, als hättest du nie wieder eine Chance, den Kerl zu erwischen. Natürlich hatte Epsilon erklären müssen, warum genau sie so dringend in der Nacht hatte wegbleiben müssen. Und vor allem, warum ihre Laune seit wenigen Tagen so im Keller war. Die Wahrheit durfte natürlich niemand wissen. Dann hätte das Zorak jede Chance verschenkt, die Doppelagentin zu spielen, wie sie es derzeit versuchte. Sie war nicht zurück in der Zeit gereist, mit dem Wissen, wo sie als Plotkaiserin falsch abgebogen war, um ihre Chance auf den wahren Frieden nicht zu nutzen. Dementsprechend hatte sie sich eine alternative Wahrheit ausgedacht. Welche von der eigentlichen gar nicht einmal so weit entfernt war. Die Geschichte, welche die Liga nun glaubte, war, dass das Zorak auf die Jagd gegangen war, in der Hoffnung, den Verräter aus Team Slash zu finden und ihm Informationen über den Plotkaiser zu entlocken. Daran war ja auch nichts gelogen. Was sie natürlich verschwieg war, dass sie ihr Ziel erfüllt und den Kaiser selber getroffen hatte. Dann müsste sie aber noch viele andere Fragen beantworten dürfen, die alle nicht unbedingt jene waren, welche sie schon offenbaren wollte. Stattdessen war nun also die offizielle Version, dass sie Amagaga erst in der zweiten Nacht gefunden hatte. Allerdings hätte sie es nicht geschafft, ihn festzusetzen, sondern das Fossil konnte fliehen. So, dass Epsilon nun mit dem Wissen zurückblieb, dass er sich fernhalten würde von diesem Ort. Sicher, der traut sich nicht nochmal nach Kiratown, wenn er weiß, dass ich ihn so dringend finden will. Der Kerl fürchtet mich. Hast du gesehen, wie er unseren ersten Kampf beobachtet hatte? Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Eine Lautsprecherdurchsage unterbrach den Teamleiter und kündigte das Ergebnis des Duells an. Jetzt sind wir raus. Im Viertelfinale. Und ich, Idiot, hatte die Hoffnung, dass du uns vielleicht helfen könntest, endlich mal den Titel zu holen. Zornig stapfte Seraora davon und hinterließ Epsilon, welche Sekunden später auch von Monagoras überholt wurde. Also, was jetzt? Der Tag war noch nicht allzu weit vorangeschritten. Das Königsliga-Turnier würde noch eine Weile dauern. Aber auch hatte das Zoroak keine Lust, jetzt mit Seraora zu trainieren oder sich allgemein in seiner Gegend aufzuhalten. Er konnte sowieso nicht verstehen, warum sie so genervt war. Nur einen Deal hatte sie dem Kaiser entlockt. Und dieser schien nicht zu erfüllen. Sie brauchte das Vertrauen der Liga, um effektiv zu arbeiten. Aber eben jenes Vertrauen schreckte den Plot-Kaiser ab. Sie konnte sich noch nicht völlig einer Seite anschließen. Zumindest nicht ohne die Liga glauben zu lassen, dass sie noch auf ihrer Seite stand. Irgendwie sollte sie sich am besten ablenken. Vielleicht kamen sie auf bessere Ideen, sobald ihr Verstand zumindest eine Weile lang vom Planen abkam. Das Oberliga-Turnier lief vermutlich auch noch. Vielleicht könnte sie sich wieder als Zuschauerin dazugesellen und ihren Kindern zuschauen. Insofern, diese noch im Turnier waren und es nicht genauso schlecht lief wie bei Team Slash. Als Epsilon jedoch am Turm ankam, durfte sie feststellen, dass dies scheinbar nicht der Fall war. Polana Vatra wartete praktischerweise gerade an der Rezeption. Offensichtlich nur auf ihre nächste Runde wartend. Hey! Aurora war die Erste, deren Kopf herumschoss. So, dass sie ihre Mutter erblickte. Mama, was machst du denn hier? Hat Team Slash heute nicht im Königsliga zu tun? Frag nicht! Und schon gar nicht Seraora! Oh. Was genau damit ausgesagt werden sollte, war alles andere als eine Frage. Da recht peinliche Stille einkehrte, entschied Epsilon sich also das Thema wieder zu wechseln. Und bei euch? Läuft's da besser? Du solltest besser hoffen, dass es bald schlechter läuft. Sonst wirst du uns wohl oder übel das nächste Versteck verraten müssen. Auch wenn du es vielleicht so siehst, Kel. Mir ging es nie darum, euch von der Plotarmor wegzuhalten. Aber ich schließe daraus, dass es recht gut für euch läuft. Gut ist schön. Aurora und ich waren zu zweit schon oft genug hier im Turnier und jetzt haben wir auch noch Kel. Diese ganze Aktion ist kaum mehr als ein Spaziergang. Wir haben zu dritt im totalen bisher keinen Kampf verloren. Und kein Duell gehabt, dass er auch nur im Ansatz knapp war. Ehrlicherweise wusste Epsilon nicht einmal wirklich, ob sie dieses klare Resultat überraschen sollte oder ob es selbstverständlich war. Irgendwie beides. Es wirkte logisch und gleichermaßen doch auch ein wenig seltsam. Werdet trotzdem nicht übermütig. Eure folgenden Gegner haben sich ebenfalls schon genügend bewiesen heute. Ich stimme zu. Sie haben sich genügend bewiesen. Also es ist nicht so schlimm, wenn wir verhindern, dass sie es weiter tun. Wenn man es so sehen will. Und ihr habt gerade Pause. Auf welches Match wartet ihr? Auf unser Halbfinale. Das letzte Viertelfinale läuft gerade noch. Also müssen wir warten. Sehr wahrscheinlich auf ein Team, das für uns sowieso keine Herausforderung werden dürfte. Seprie Royal, Taubos, Panzer Eron. Schreckliche Coverage gegen uns. Und noch dazu in einem deutlich schwächeren Run. Was aber nicht unbedingt eine Messlatte ist. Was das angeht, liegen wir haushoch vorne. Erste Regel der Kriegsführung. Egal wie überlegen ihr zu sein scheint. Übermut ist immer ein Garant der Niederlage. Unterschätzt niemals ein einzelnes Pokémon. Erst recht kein ganzes Team. Oder eine tolle Siegesserie. Könnt ihr in der Pfeife rauchen, wenn ihr eines der nächsten zwei Duelle verliert. Keine Sorge. Mit Kämpfen kennen wir uns schon genug aus. Besser als du will mir beinahe scheinen. Überleg dir gut, was du sagst, Polar. Leg es nicht drauf an. Glaub mir. Du willst mich nicht zur Feindin haben? Du glaubst anscheinend, dass eine Ringkampf-Liga euch wahres Kriegerwissen beibringen kann. Anders als du war ich einst Plot-Kaiserin. Eine Rolle, in welcher man lernt, wie bestrafbar ein Fehler sein kann. Wählt man einmal den falschen Mitstreiter für einen Jump. Also schickt man zum Beispiel einmal Gaga auf euch los, riskiert man alles. Wenn ich den Kerl erwischt hätte und ihm Informationen hätte entlocken können. Polar wirkte von dieser Rede eher gelangweilt als eingeschüchtert. Wohingegen Aurora und Kel etwas angespannter wirkten. Entspann dich. Was du, glaube ich, gerade etwas aus den Augen lässt, ist, dass es gerade tatsächlich um Ringkämpfe geht. Also sozusagen Ringkampfwissen tatsächlich von größerem Nutzen als irgendwelches Kriegsverständnis. Trotzdem solltet ihr euch umgewöhnen. Die Liga ist der einzige Ort, an dem ihr euch tatsächlich an ein Kriegsmindset gewöhnen könnt. Und das werdet ihr brauchen. Ihr wisst, wenn ihr die Plot-Armer sammelt, dann ist es eure Bestimmung, den Plot-Kaiser zu bekämpfen. Und weder er noch irgendwelche Anhänger seinerseits sind weniger bedrohlich, weil sie eine niedrigere Siegesquote haben. Oder so eine Scheiße. Und Übermut endet dort tödlich. Denn dort schubst euch fürs Arroganzsein niemand aus dem Ring und ihr verliert ein paar imaginäre Punkte. Ihr kämpft dort bis zum Tod. Epsilon hatte sich deutlich mehr in Rage geredet, als sie selber geplant hatte. Und auch mehr als es Polanavatra irgendwie sinnvoll erschien. Man merkt ja an, dass du mal Plot-Kaiserin warst. Kein normales Pokémon würde so sehr auf diesen Kriegeridealen beharren, wenn es um das Oberliga-Turnier geht. Diese Worte kommen nicht von dem ich, das Plot-Kaiserin war, sondern von dem ich, welches weiß, wie es ist, den Tod zu sehen. Es geht mir nicht darum, dass ihr irgendwelche Ringkämpfe zu ernst nehmen sollt. Es geht darum, dass ihr dieses Gedankengut in einen Krieg tragen werdet. Und glaubt mir, spätestens, wenn von euch nur zwei verbleiben, werdet ihr bereuen, heute nicht auf mich gehört zu haben. Polanavatra mussten bereit für einen Krieg sein. Und Epsilon sah es als ihre Pflicht, sie darauf vorzubereiten. Und das, obwohl sie auf der Seite des Feindes stehen wollte. Doch genau dies war auch der Grund. Sie wollte die Plot-Kaiserin sein, welche sie in der alten Welt nicht war. Eine, die wusste, dass sie Polanavatra nicht bekämpfen dürfte. Stattdessen trainierte sie das Team, wurde ihre Mentorin. Denn in einem wahren Kampf, wer hätte es in sich, sich dort gegen seine eigene Lehrerin zu stellen, anstatt auf ihre Seite. Sie brauchte das Vertrauen, Polanavatras. Und das sogar dringender, als jenes des Plot-Kaisers. Um keinen Preis dürfte sie die Gunst ihrer Kinder, doch vor allem nicht die Gunst Kells, verlieren. Oder? Andererseits, Ein Plan begann im Verstand des Soroaks, Gestalt anzunehmen. Sie brauchte das Vertrauen der Liga, doch gleichzeitig auch ihr Misstrauen, welches sie sich nicht leisten konnte. Es sei denn, es könnte funktionieren. Es war so ein Irrsinn. Es könnte wahrlich klappen. Sie könnte dem Plot-Kaiser beweisen, dass sie auf einer Seite standen. Sie könnte es ihm auf die ausdrucksstärkste Weise zeigen. Gleichzeitig konnte sie der Liga Misstrauen über sich selbst einpflanzen. Doch ohne, dass sie Gründe hätten, wahrlich das Vertrauen zu verlieren. Und Polanavatra waren ja ihre eigenen Kinder. Niemand würde es erwarten. In ihren düstersten Gedanken bemerkte Epsilon gar nicht, dass sich eben jenes Team anscheinend aufgemacht hatte, ohne dass sie es bemerkt hatte. Ihr Halbfinale hatte vermutlich begonnen. Eines, welches sie sehr sicher gewinnen würden. Genau wie das Finale danach. Danach müsste sie Polanavatra den Standort am Vulkan verraten und gleichzeitig am besten weiterhin Vertrauen kreieren. Damit gebrochenes Vertrauen weniger Schaden anrichten könnte. Und doch, Epsilon war eine Friedenskämpferin. Ging sie damit nicht doch einen Schritt zu weit mit diesem Plan, der sich gerade formte. Gab es so etwas wie zu weit überhaupt? Ebers Ziel hinausschießen? Konnte sie nur mit Kel als Feind. Alles andere, alles drumherum war möglich, wenn das Ziel es nur verlangte. Immer mehr nahm so ein Planform an. Begann als Funke im Zweifel, doch dessen Effizienz die ehemalige Kaiserin zu spüren lernte. Doch bevor sie wirklich damit anfangen konnte, gab es anderes zu tun. Polanavatra mussten auf jeden Fall den Weg zur Plattarmor finden. Und warum sollte sie eigentlich nicht selber auch mitkommen? Die Saison war zu Ende. Siraora war wahrscheinlich froh, dass Sorak einige Tage loszuwerden. Aber gleichzeitig stand die Wette natürlich immer noch. Polanavatra müsste zuerst dieses Turnier gewinnen. Er ist jetzt viel Epsilon überhaupt wieder ein, weshalb sie ursprünglich überhaupt hergekommen war. Nicht zum Planen oder debattieren. Sie hat ihren Kindern doch zugucken wollen. Dafür war es beim Halbfinale inzwischen auf jeden Fall zu spät. Aber es gab sehr sicher noch eine Runde für das Trio. Also, eine kleine Pause. Und danach, auf zu Schritt 1. und darkness. Und das wäre Schade auch schade dann schade